All for one step. Lean Manufacturing. Die App für schlanke Produktionsprozesse in Ihrer Cloud ERP Plattform. Das ist Lea. Lea arbeitet in einem mittelständischen Unternehmen, das SAP Business by Design verwendet. Das Unternehmen ist ein produzierender Betrieb. Es ist für Lea sehr aufwendig, die Produktion im Standard vollständig im ERP-System abzubilden und dabei Stücklisten und Arbeitspläne zu pflegen. Dennoch ist es wichtig, die Herstellung von Produkten darzustellen, um Kostentransparenz zu erhalten. Lea sucht eine Lösung und wendet sich an die All for one Step. Die All for one Step installiert die App Lean Manufacturing und richtet diese für Lea ein. Die App bildet eine einfache Produktion im System ab, die auf Knopfdruck Einsatzmaterialien aus dem Lager entnimmt und Endprodukte erzeugt. Dabei werden je produzierte Stücke Kosten der Produktion erfasst. Mit Hilfe der App lassen sich Lean Manufacturing Produktionsaufträge einerseits über Kundenaufträge, andererseits manuell anstoßen. Dabei greift Lean Manufacturing auf eine schlanke Stückliste zurück. Mit der App Lean Manufacturing kann Lea nun die Produktion abbilden und kostengenau erfassen, ohne aufwendige Arbeitspläne und Stücklisten aktualisieren zu müssen und ohne jeden Produktionsschritt im System rückwenden zu müssen. Damit gewinnt Lea viel Zeit und das Unternehmen spart sich weitere Lizenzkosten. Befragen wenden Sie sich an cloud.erp at allforone.com Die BrNick Die Brommy Die Brənim